...Gesundheitsförderung Schweiz. Mit Ernährungssitz und Freestyle überschüssige Kilos loswerden, das ist das Thema der heutigen TV-Sendung. Wir schauen heute einen Tag 3 in die Freestyle-Tour 2004, eine Organisation bzw. ein Projekt, das von jungen Menschen gegründet wurde, unterstützt vom BAG, Swiss Balance und Gesundheitsförderung Schweiz. Mit dabei sind heute der rappende Koch-Weltmeister Ivo Adam, ein Haufen Skateboards und natürlich auch ein Breakdance-Lehrer. Mit Skateboards und Kochlöffeln für ein gesundes Körpergewicht. Kochlöffel werden nicht ausgepackt, aber Zutaten für ein herzhaftes Morgen. Heute findet die Freestyle-Tour bei uns statt. Weisst du, was dich da erwartet? Ja, es gibt verschiedene Erlehrungsberatungen, ich gehört, und Sport. Ja, man lernt sicher nicht etwas, können wir dann mehr Tricks machen und dann haben wir auch so mehr Sport in diesem Sinne. Was denkst du, wie ernährst du dich bis jetzt? Ziemlich gut, mit am Morgen etwas Essen, Mittag und Nacht. Wie ist es? Ja, in der Drunkstand. Was heisst das? Ja, viel Shopping, Schwestern, ab und zu auch noch Obst und so. Am Morgen steht die Ernährung auf dem Stundenplan, denn am Mittag bringt die Bewegung. Zuerst, was ist euer Lieblingsessen? Hang auf H, dann schaue ich an, dann könnt ihr es sagen. Du, Pizza. Der Kursleiter Roman Zäppler redet die Sprache der Kinder und holt sie genau den Tag, wo sie sind. Du, Rösti, mit Speck, ohne Speck. Dann gehen wir gleich weiter zur Gemüsefrüchte. Dort wüssten, das hat er vorhin als erstes gesagt, Gemüsefrüchte gehören zu unserer ausgewogenen Ernährung. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Die Ernährungstyramide ist auch schon in ihrem Alter von zentraler Bedeutung. Aber auch Nahrungsfasern für die Verdauung. Also dort ist wirklich eigentlich ein grosser Schatz an Nährstoffe, die unserem Körper gut tun. Mit dem Birchermüse, mit diesen vielen Früchten, vielen Vitaminen, vor allem. Dann geht es los mit dem Ivo Adam und das Sondere dabei ist, das Rezept ist gesungen. Mit dem Schreibbrett mit dem Messer nebendran. Alles, was brauchst du, ist Mise en platte und meine Stimme wunderbar. Die Birchermüse-Mischung gibst du eine Handfälle rein. Wie viel, fragst du mich? So viel, dass es stimmt für dich. Doch wichtig ist, dass die Verhältnisse stimmt. Nämlich 2 zu 1. Ja, das ist bestimmt. Ein Teil Müsli und zwei Teile Milch aus dem Liter. Also jetzt geht weiter. Im Fall über die Milch. Leer Latte. Denk dran. Vollmilch. Die sprengt die Latte. Die hat noch am meisten Kalzium und Nährstoffe dabei. Also komm, gewisse, richtige Männchen rein. Der greift zur Zitrone und schneit sie abeinander. Du Bredi isst er aus. Am besten mit der Hand, denn so ein Schuss von einer gelben, frischen, schmure Zitrone. Mit dir und die Körper, den ganzen abbelohnen. Den Füßen einen Schluck, fruktigen Sie nicht. Stopp. Wenn ich erisch weh, du wirst ein Zeh. Aber noch nicht probieren. Du hast das erste Mal das Gemüse, den ich den Möbel durchrühren. Okay. Schau, es geht weiter, es geht weiter. Joghurt. Schau, das ist Nummer 3. Und Fruchtzwerke. Oder einfach Natur. Nimm was willst du, aber ich würde sagen, Natur ist es schlecht. Und Fruchtzwerke ist toll. Ob Joghurt, Quark oder Beef und Bifidus. Die milchseuren Bakterien, die halten dich im Schuss. Und viertens, du brauchst eine halbe Frucht, Orange, eine Banane oder einen Öpfel. Eine süße, feine, feine, frische, rote Natanzöpfel. Mit oder ohne Schalen, das kommt ganz auf die Haut zu beginnen. Aber es ist klar, mit hat es mehr Vitamine dran. Und jetzt gibt es 20 Sekunden Zeit und Fruchtzwerke mit dem Refrain und dem Bifid. Appelstückchen auf der Schneidunterlage. Hey, drück mit dem Daumen drauf. Was bei den Erwachsenen staunen auslöst, nämlich das Grabte-Rezept, kommt bei den Kindern total gut an. Und da entdecken die Menge zum ersten Mal, dass die gesunde Ernährung nicht nur gut schmückt, sondern auch ein Erlebnis kann sein. Ihr habt schon praktisch 2000 Jugendliche unter eurer Fittich gehabt und seid beschäftigt, ihnen verschiedene neue Sachen beigebracht und gesagt, Du hast mal deine Bierkermüsse gemacht, wir konnten dich begleiten. Was kannst du darüber sagen? Was ist deine Erfahrung mit so jungen Leuten zusammen zu arbeiten? Ja, sie sind wirklich noch motivierend. Man kann sie noch motivieren, man kann sie gut anlängen, man kann sie gut päcklen, für das sie so machen. Aber so einen Unterschied natürlich nennen schon, ob man in einer Grossstadt ist oder auf dem Land. Wegen der Umsetzung, also auf dem Land, haben wir Messages bekommen von Lehrern, die sie gefunden haben, dass die Eltern am nächsten Tag angerufen haben. Und dann haben wir gefragt, was haben wir ihnen gesagt? Die Kinder sind hier am Morgen in der Küche und machen ein riesen Ghetto, gehen in die Schule und müssen dann alles putzen. Also es hat eigentlich beides. Es sind wirklich die Kinder, die das auffassen und umsetzen. Und dann hat es natürlich auch die, die finden, ja, das war eine coole Sache, aber ich esse lieber mein Zeug, das ich bis jetzt habe gegessen. Also, Punkt. Hast du direkte Reaktionen gehabt? Also Jugendliche, die nach einer Stunde zu dir gekommen sind und wirklich irgendwie ein direkte Feedback gegeben haben? Ja, das gibt es eigentlich immer mehr oder weniger von der Mehrheit. Und wirklich ohne zu blöffen immer nur gut. Also sie sind wirklich überrascht. Das ist schon gar nicht grusig. Und ich habe es noch gar nicht probiert. Ich wollte es auch nicht probieren, aber es ist wirklich gut und es geht ja einfach und ich will es ja selber machen. Aber ob sie es dann wirklich machen, das sehen wir dann in drei Jahren. Je nachdem, wie sich die ganze Ernährung entwickelt mit den Jugendlichen. ...